Hey Leute, Götz hier. Ich wollte mich mit einem kleinen Zwischenstand bei euch melden. Wie ihr seht, habe ich es getan. Ich bin umgezogen, nicht ich selbst, aber ich habe jetzt für meine Bastel- und Videosachen hier eine richtige Werkstatt. Und da hinten ist ein Tonstudio. Das heißt, wir können in Zukunft hier noch coolere Bastelvideos machen und noch coolere Videos rund um Musik und Tontechnik. Allerdings muss das Ganze erstmal eingerichtet werden, zum Funktionieren gebracht werden. Ihr hört, ich habe gerade noch gar keinen richtigen Ton, sondern nur den Kameraton. Das heißt, habt noch ein bisschen Geduld und spätestens dann in den Weihnachtsferien entspannt sich die Lage und dann geht es auch weiter. Alles klar. Ich freue mich drauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.